Hi zusammen! Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Photoshop. Ich würde gerne euch beibringen, wie man mit Photoshop ein Bild zuschneiden kann. Ein Bild haben wir auch schon hier hinzugefügt, aber wir können nochmal einfach löschen und ein neues Bild einfach hinzufügen. Also, wir öffnen nochmal, wir gehen auf Datei, öffnen ein neues Bild und dann können wir eigentlich ein neues Bild so. Also, wir öffnen zum Beispiel dieses Bild hier und dann haben wir die Möglichkeit einfach zuzuschneiden. Wir holen dieses Werkzeug her und damit haben wir die Möglichkeit, das Bild einfach zuzuschneiden. Sie sehen schon, wie Sie zum Beispiel zuschneiden können. Also, markieren Sie einfach die Stelle, wo Sie zum Beispiel zuschneiden wollen und dann haben Sie die Möglichkeit, zuzuschneiden. Wenn Sie schon fertig sind, dann können Sie zum Beispiel zuschneiden einfach bestätigen und sofort sehen Sie einfach hier, das Bild wird einfach zugeschnitten. Und so haben Sie die Möglichkeit, nochmal das Bild ein bisschen zu vergrößern, indem Sie zum Beispiel dieses Werkzeug hier nehmen und dann holen Sie einfach, Sie können zum Beispiel nochmal vergrößern, um genau zu gucken, wie das Bild eigentlich aussieht. Natürlich können Sie nochmal das Bild bearbeiten, die Hintergrundfarbe hier bearbeiten, wie Sie wollen, aber momentan lassen Sie es erstmal so und in dem nächsten Video zeige ich euch, wie Sie zum Beispiel nochmal freistellen, ausschneiden können mit einem Werkzeug. Bleiben Sie einfach dran, ich freue mich einfach für das Zuschauen. Ich freue mich einfach für das Zuschauen.